Jo, moin Leute, herzlich willkommen zu Olympia Tokyo 2020. Los geht's mit, weiter geht's mit Productions zu Schwimmen, Brustfreiwasser. Los geht's, heute um 11.55 Uhr, welche Nation gewinnt um 100 Meter Brust der Männer Gold? Amerikanische Jungfereninseln, dann morgen um 11.55 Uhr, welche Nation gewinnt um Schwimmen 100 Meter Brust der Frauen Gold? Belgien, dann am 27.07. um 11.55 Uhr, welche Nation gewinnt um Schwimmen ein 200 Meter Brust der Männer Gold? Irland, dann am 28.07. um 11.55 Uhr, welche Nation gewinnt um Schwimmen 200 Meter Brust der Frauen Gold? Argentinien, am 3.08. um 23.25 Uhr, welche Nation gewinnt um Freiwasserschwimmen der Frauen Gold? Deutschland, und am 4.08. um 23.25 Uhr, welche Nation gewinnt um Schwimmen der Männer Gold? Deutschland, so an alle Nationen herzlichen Glückwunsch, die Schwimmen, Brustfreiwasser gewonnen haben. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like, dann lasst noch mal da, ciao.